Wie wird Stefan Raab sich heute Abend gegen Regina Halmich im PS-Dome in Düsseldorf schlagen? Bevor es soweit ist, wird ein Geheimnis schon einmal gelüftet. Stefan Raabs Comeback steht kurz bevor. Nach rund neun Jahren steht das Comeback von Stefan Raab, 57, kurz bevor. Raab und seine Firma sollen mit RTL einen Deal über 90 Millionen abgeschlossen haben. Heute Abend steigt er erneut gegen Regina Halmich, 47, in den Ring. Nach 2011 und 2007 tritt er zum wiederholten Male gegen die 46-fache Weltmeisterin an. In der Vergangenheit hatte der Showmaster teilweise hart zu schlucken. So brach Halmich ihm bei ihrem ersten Kampf vor 23 Jahren die Nase. Das verfolgten damals neun Millionen TV-Zuschauern. Ob sein Comeback heute Abend ebenso große Resonanz erheilt, bleibt abzuwarten. Dann wird sein großes Geheimnis gelüftet, in welcher Form er ist und ob er es mit Regina Halmich aufnehmen kann. Doch ein Geheimnis ist schon aufgeflogen. Das ist über Raabs Einmarsch in den PS-Dome in Düsseldorf bekannt. So soll Raabs Einmarsch in die Halle rund 45 Minuten dauern und eine Show für sich sein, wie Bild erfahren haben will. Zudem soll er nicht vor ca. 22 Uhr auftreten. Seit seiner Comeback-Ankündigung hat niemand Raab in der Öffentlichkeit gesehen, genauso wie in den Jahren zuvor. Wie durchtrainiert er ist, wird sich erst heute Abend im PSD-Dome in Düsseldorf zeigen. Der Austragungsort ist schon im Vorfeld großräumig gesperrt. Wie die Bild berichtet, fand bereits gestern eine Begehung von Stefan Raab der Halle statt. Ein Augenzeuge hat gegenüber der Zeitung geäußert, dass Raab eine Skimaske mit Camouflage-Muster getragen habe. Insgesamt soll er ziemlich fit ausgesehen haben.